Herzlich willkommen zu einem neuen Thema und zum letzten Block hier in der Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen in diesem Semester. Wir haben uns in den letzten Wochen ja intensiv mit ganz vielen Bereichen des User Interfaces schon beschäftigt, mit der Präsentation, mit der Interaktion, zuletzt relativ lange mit der Orientierung, also wie kriege ich es hin, Übergänge zu gestalten. Dann speziell mit den Themen darin Navigation und Modusgestaltung. Und jetzt wollen wir kommen zum letzten Block, der hier unten in unserem Zusammenhang besprochen werden wird. Da sind ja noch zwei weitere Blöcke, die aber außerhalb dessen sind, was wir Ergonomie nennen würden. Also wir reden dann über Barrierefreiheit und Gebrauchstauglichkeit. Da sage ich am Ende in der Tellerrand-Veranstaltung, so habe ich die mal genannt, also wo wir ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, ein bisschen was dazu. Aber für den Bereich der Ergonomie sind wir jetzt tatsächlich in unserem letzten Bereich angekommen. Und dieser Bereich heißt hier Kontext. Und im Bereich Kontext kriegen wir drei neue Anforderungen. Die Anpassbarkeit, die Heterogenität und die Konformität. Und es soll nun zunächst einmal um die ersten beiden dieser Anforderungen gehen, nämlich Anpassbarkeit und Heterogenität. Denn unser Thema ist das dynamische Umfeld. Also dass wir anerkennen, dass wir eine Software immer in einem dynamischen Umfang gestalten und vor allen Dingen auch in ein dynamisches Umfeld hinein entlassen. Das heißt, dass wir ganz vieles zur Gestaltungszeit nicht wissen können. Und das ist etwas, was wir bedenken müssen, weil wir dann von vornherein in der Gestaltung bestimmte Dinge vorsehen müssen. Wir haben nämlich nicht dieses Ideal der individuellen Software. Das ist eine Idealvorstellung, die man häufig antrifft, die auch häufig dahinter steckt, wenn man über Softwareentwicklung spricht. Und zwar sowohl bei klassischer Softwareentwicklung, nach so einem Wasserfallmodell, oder auch bei agiler Softwareentwicklung, die ja heute überall gepredigt und durchgeführt wird. Denn die Idee dahinter ist eigentlich immer, dass die Anforderungen beim Nutzer erhoben werden und dann die Software entsprechend dieser Anwendungen gestaltet wird. Natürlich will ich nicht sagen, dass es sowas gar nicht gibt. Und natürlich wird sowas gemacht. Es gibt sogar viele Leute, die machen das zu ihrem Beruf, gerade diese Anforderungen zu erheben und dann entsprechend das in den Softwaregestaltungsprozess einzubringen. Nur ist das nie auf einer ganz feingranularen individuellen Ebene. Das heißt, wenn ihr euch euren Laptop anguckt oder euer Smartphone anguckt oder euer Tablet anguckt, dann habt ihr viel Software, die da genutzt wird. Und für gar keine dieser Software, nehme ich zumindest mal an, hat jemand euch gefragt, was eure Anforderungen daran sind. Sondern man hat vielleicht Leute gefragt, von denen man annimmt, dass sie ähnlich sind wie ihr. Oder man hat ganz andere Leute gefragt und ihr verwendet jetzt diese Software nur und passt euch dann an. Also es ist selten der Fall, dass wir wirklich ganz extrem diese individuelle Software haben. Einer wird gefragt und genau dessen Wünsche werden dann umgesetzt. Standardsoftware, die wir ja haben, wie Word, wie Excel, wie SAP, wie Firefox, wie was weiß ich was für Software. Hier unser Keynote, was ich hier verwende, was ich hier für die Präsentation verwende. Na, das ist alles Software, die gestaltet wurde, ohne dass jemand mich gefragt hätte, was ich davon halte und wie ich das gerne hätte. Das heißt, hoffentlich erfüllt diese Software meine Anforderungen, aber ist nicht genau nach meinen Anforderungen gestaltet worden. Und einige Anforderungen erfüllt diese Software zum Beispiel auch nicht. Zum Beispiel kann sie nicht automatisch ein Video aufnehmen und einbauen. Das muss ich immer manuell hinterher machen, mit einem gehörigen Maß an erzwungener Sequentialität. Was aber auch vor allen Dingen der Fall ist, die Software enthält natürlich eine ganze Menge an Funktionalität, die man gar nicht braucht. Also wer zum Beispiel mir sagt, dass er sämtliche Funktionen von Excel und Funktionalitäten von Excel tatsächlich benötigt, der spinnt entweder oder ist vielleicht jemand, der Excel lehrt und deswegen tatsächlich jede dieser Funktionen sich einmal anschauen musste. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand sämtliche Funktionalität einer solchen großen Standardsoftware benutzen kann. Das gibt es gar nicht. Aber selbst wenn wir das mal jetzt alles annehmen, Wir nehmen jetzt an, wir hätten Software, die immer explizit für uns gestaltet würde. Selbst dann würde diese Software nicht 100% unseren Anforderungen entsprechen. Warum nicht? Man kann einige Gründe finden. Zum einen wird dahinter stecken, dass man seine Anforderungen häufig gar nicht so zu 100% formulieren kann. Macht das mal. Erzählt mal eure Anforderungen an eine Textverarbeitung. Und dann merkt ihr ganz schnell, so einfach ist das gar nicht. Und man kommt von Höchstchen auf Stöchstchen. Also es ist nicht wirklich einfach, die eigenen Anforderungen wirklich in Worte zu fassen, weil man sie sich auch oft selbst nicht wirklich vergegenwärtigt. Man merkt sie oft erst, wenn man die Anforderung hat. Also erst, wenn man etwas tun möchte, merkt man, dass man diese Anforderung hat. Aber dann kommen noch andere Dinge hinzu. Denn wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Software gestaltet wurde, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann, wenn ich sie verwende, die Anforderungen schon andere sind. Und das ist eben dieses dynamische Umfeld. Und das dynamische Umfeld haben wir selbst bei einer einzigen Person. Denn es gibt immer Dinge, die sich ändern. Also was für ein dynamisches Umfeld, was meine ich damit? Individualität. Benutzer unterscheiden sich. Verschiedene Benutzer haben verschiedene Anforderungen. Ich mache aber eine Software für viele Benutzer. Die Aufgabenstellungen unterscheiden sich. Das heißt, selbst wenn ich sage, ich mache eine Software zur Buchhaltung, dann unterscheidet sich natürlich die Buchhaltung in einem Unternehmen von der Buchhaltung im anderen Unternehmen. Und entsprechend unterscheiden sich auch die Anforderungen an diese Software. Und die Nutzer sind auch, selbst wenn es immer der gleiche Nutzer ist, ist dieser Nutzer nicht immer in der gleichen Situation. Und manchmal funktioniert dann eine Sache oder die andere funktioniert halt nicht. Ich habe da diesen schönen Spruch gefunden im Buch Designing with the Mind in Mind, auch ein schöner Titel, finde ich, von Jeff Johnson. Der hat berichtet aus einem Interview, wo er, naja, so eine Usability-Untersuchung gemacht hat. Und da hat ihm jemand berichtet, I'm in a hurry, so I'll do it the long way. Das ist jetzt ein Spruch, der kann einen erstmal verwundern. Was soll denn das heißen? Ich bin in Eile, also mache ich es auf die lange Art und Weise. Aber wenn ihr mal darüber nachdenkt, dann ist das bei euch bestimmt auch oft so. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwo mit dem Auto hinfahrt oder mit dem Fahrrad hinfahrt und ihr kennt einen Weg, von dem ihr aber wisst, dass es nicht der optimale Weg ist. Man könnte schneller dahin kommen. Dann gibt es Situationen, in denen man vielleicht diesen kürzeren Weg irgendwie herausfinden möchte. Aber in anderen Situationen, wo man vielleicht gestresst ist, sagt man dann, ich weiß, dass das nicht der ideale Weg ist, aber den anderen Weg kenne ich gut, über den brauche ich nicht nachdenken, also fahre ich den anderen Weg. Oder solche Sachen gibt es auch am Computer. Ihr wisst, man könnte es irgendwie performanter machen, aber ihr macht es vielleicht dann mal lieber auf die Art und Weise, die ihr kennt, weil ihr die machen könnt, weil ihr die so gut kennt, dass ihr die machen könnt, ohne das Gehirn zu benutzen. Ihr könnt das Gehirn quasi rausnehmen, daneben legen und es klappt trotzdem so, wie ihr das wolltet. Und manchmal ist dieser Weg der angenehmere Weg als der eingabeminimale Weg, um mal diese Begrifflichkeit wieder zu benutzen. Das heißt, die Situationen machen einen Unterschied aus. Dann lernen Leute natürlich, und zwar sowohl einzelne Nutzer als auch ganze Organisationen. Also ihr verwendet ja mit Sicherheit dieses Jahr die Software nicht genauso wie im letzten Jahr. Schon alleine aufgrund der aktuellen Situation seid ihr ja gezwungen, euch mit Dingen ganz anders auseinanderzusetzen und benutzt daher die Dinge ganz anders. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Das heißt, die Software, die vor einem Jahr vielleicht noch nach euren Gesichtspunkten gestaltet wurde, erfüllt jetzt vielleicht eure Anforderungen gar nicht mehr so gut, weil ihr den Umgang mit ihr erlernt habt und jetzt auf einmal merkt, da fehlt mir was. Und auch eine ganze Organisation lernt natürlich, wenn man das so nennen möchte. Die verändert sich und passt sich an und damit ändern sich die Anforderungen. Ja, und schlussendlich gibt es natürlich auch noch technische Änderungen. Also eine Software, die gestaltet wurde für einen Desktop-Rechner mit einem Röhrenmonitor und einer Maus da dran und Bildschirm mit einer Auflösung von 800 mal 600 Punkten. Die mag heute laufen auf einem modernen Gerät mit Touch-Bildschirm und einem aktuellen Windows 10 mit hoher Auflösung. Also nicht das Windows 10 hat die hohe Auflösung, sondern das Gerät hat dann die hohe Auflösung. Ja, die mag laufen, aber die ist wahrscheinlich nicht mehr so ganz optimal. Die entspricht bestimmt nicht mehr so richtig den Anforderungen aufgrund der technischen Änderungen. Ist für Touch nicht besonders gut geeignet. Vielleicht ist die Darstellung zu klein jetzt geworden, weil die Auflösung höher ist. Und so moderne Techniken wie Distributed User Interfaces, also dass ich eine Nutzungsschnittstelle nicht nur auf einem Gerät habe, sondern auf mehrere Geräte verteilt habe, ja, das kommt natürlich als neue Anforderungen dann noch irgendwie dazu, weil es jetzt die technischen Möglichkeiten gibt. Distributed User Interface ist übrigens generell ein spannendes Thema. Kann ich euch nur empfehlen, euch damit mal zu beschäftigen. Wenn man sich so ein Szenario mal vorstellt, ich habe zum Beispiel eine virtuelle Tafel, wie man die häufig in Schulen ja heute hat, so eine digitale Tafel. Und dann rödel ich da rum als Lehrer. Aber was ich vielleicht ja mal machen möchte, ist ein Bild da draufladen. Aber ein Bild draufladen, dann das User Interface auf der Tafel, das ist unpraktisch. Ich könnte einen Teil des User Interfaces von der Tafel auslagern auf mein Smartphone und auf dem Smartphone lade ich das Bild dann da hoch und dann erscheint es aber auf der Tafel. Das wäre zum Beispiel ein solches Distributed User Interface. Eine Anwendung und das User Interface ist verteilt auf mehrere Geräte. Spannend. Und sorgt natürlich durch die Möglichkeit, durch die technische Möglichkeit für neue Anforderungen. Das heißt, die alte Software entspricht natürlich diesen Anforderungen nicht mehr. Selbst wenn sie einmal genau den Anforderungen entsprochen hatte für den, der sie verwenden sollte. Ja, wie kommt man mit diesem dynamischen Einsatzumfeld eigentlich klar? Was gibt es für Lösungen dazu? Wir werden in den nächsten Videos zwei Lösungen besprechen. Einmal die Anpassbarkeit und einmal die Heterogenität der Software. Aber zunächst einmal möchte ich eine noch ansprechen, die eine häufig gewählte Lösung ist. Ich habe eben zum Beispiel mal von SAP gesprochen. SAP ist ja im hohen Stile anpassbar. Ich kann da nur von höheren Sagen sprechen, aber ich kenne sowohl aus dem familiären als auch aus dem Freundesumfeld Leute, die sich mit SAP beschäftigen und die sind häufig mit Anpassung beschäftigt. Andererseits aber sind viele Dinge in der Software SAP nun mal so. Und wenn eine Software auf SAP umstellt, dann passieren zwei Prozesse. Das SAP wird auf ihre Firma angepasst, aber die Prozesse in der Firma werden auch ganz extrem an SAP angepasst. Und auf diesen zweiten Aspekt möchte ich da einmal kurz eingehen, nämlich der Aspekt, den man ganz platt mal ausdrücken könnte mit eine Lösung für alle. Das ist eine durchaus typische Lösung. Das passiert oft, dass man sagt, wir machen eine Lösung für alle. Zum Beispiel auch in der Uni Paderborn das System, Paul, wenn ihr das kennt, oder an anderen Universitäten kennt man Ähnliches. Also ein System, mit dem man sich für Veranstaltungen an- und abmeldet. Und das machen wir alle auf die gleiche Art und Weise. Alle Studenten in allen Studiengängen machen das mit der gleichen Software in den gleichen Mechanismen. Was hat das für Konsequenzen oder was bedeutet das überhaupt erstmal? Also es bedeutet, wir als Softwareentwickler bestimmen die Art und Weise, wie mit der Software gearbeitet wird. Wir bestimmen, welche Funktion es gibt und wie man sie aufruft. Wir alleine bestimmen das. Wir bestimmen, welche Objekte es gibt, wie sie aussehen, welche Manipulationsmöglichkeiten es gibt und wie die Objektgranularität ist. Nur wir, nicht der Nutzer. Alles machen wir. Und wir wissen auch am besten Bescheid, wie sich Nutzer damit zurechtzufinden haben. Das heißt, wir, ja wir wissen es doch, wir haben es doch entwickelt. Warum sollten nicht wir auch das bestimmen? Jetzt habe ich das auf eine Art und Weise gesagt, die ein bisschen unsympathisch rüberkommt. Also es ist ein bisschen arrogant, das so zu sagen. Aber das hat Vorteile. Und diese Vorteile, die überlegt euch mal kurz. Welche Vorteile könnt ihr das haben? Denkt an unsere Anforderungen oder Forderungen zur ergonomischen Gestaltung, die wir bisher haben. Welche Vorteile kann es haben, es genau so zu machen? Ja. Denkt mal daran, ihr wollt jemandem erklären, wie die Software funktioniert. Dann ist es total toll, wenn die Software auf genau eine Art und Weise funktioniert und das genau so vorgegeben ist. Das kann man super beibringen, kann man super jemandem erzählen und damit erklären. Es ist sowieso einfacher, eine Software, wo alles vorgegeben ist, zu erlernen. Oder eine Software, in der ich keine Möglichkeit habe, irgendetwas zu verändern. Die braucht natürlich auch weniger User Interface. Denn ich brauche ja zum Verändern von den ganzen Dingern auch immer viel User Interface. Auch ist es höchstwahrscheinlich, dass so eine Software fehlerfreier ist, wenn die genau auf eine bestimmte Art und Weise programmiert ist. Das heißt, ich bin in ganz vielen Bereichen einfacher unterwegs, wenn ich einfach sage, ja, wir Nutzungsschnittstellenentwickler oder wir Programmentwickler sind die Leute, die bestimmen, wie die Software sein muss. Und obwohl wir jetzt zwei große Bereiche besprechen, wo wir sagen, da machen wir das aber anders, damit wollen wir darauf hinaus, dass eine Software dieser Dynamik entspricht, sollte man das auch nicht außer Acht lassen. Denn es ist da auch wieder ein Abwägen, weil all diese Techniken, die ich euch gleich vorstellen werde, zur Anpassbarkeit und zur Heterogenität, die haben immer Nachteile. Die stehen also immer anderen Forderungen, die wir schon hatten, entgegen. Und wenn wir uns für die anderen Forderungen entscheiden, dann laufen wir häufig dahin, dass wir eine Software machen, die mehr diesem eine Lösung für alle entspricht. Und es ist halt ein Abwägen zwischen diesen Punkten. So viel hier zur Einführung und im nächsten Video geht es los mit dem Thema Anpassbarkeit.